Hallo meine Freunde, willkommen zu einem Video, meine Freunde, die Mutter von Elli, meine Freunde, macht ein Statement, wo sie sagt, dass sie wieder zusammenkommen sollen. Sie können sich dadurch einfach einmischen, das ist doch die Beziehung von ihrer Tochter, Mann, mit C-Mex, das kriegt ihr doch gar nichts an. Und dann sagen sie einfach, ja, die sollen wieder zusammenkommen, ist deren Sache, verdammt nochmal. Und ein Boss kann sowas nicht verstehen, Mann, was haben die Eltern damit zu tun, hä? Überlegen sie mal, was sie tun, Mann. Und lassen sie das junge Papa selbst entscheiden, ob sie wieder zusammen sein wollen oder nicht, hä? Mein Gott, Mann, dass man das doch erklären muss. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Kuchen, die Frauen in Valides auseinander und behauptet, seine Sachen werden aus dem Zusammenhang gerissen. Kuchen, ich weiß doch Bescheid, Mann. Du willst dir den alten Kanalzerstörer raushängen lassen, kann ich verstehen. Aber bleib bei den Tatsachen. Du bist kein perfekter Mensch, du hast auch Fehler gemacht, hä? Und Valides hat sich halt die Fehler rausgepickt und versuchst nicht damit zu dissen. Das hast du in deiner komischen Kanalzerstörerkarriere auch gemacht. Also akzeptier es, es gibt Kritik gegen dich, man wird kritisiert im Internet, so ist das, Mann. Okay, meine Freunde, das war es wieder ein Video von Müllam zum Boss. Ob ich nun gleich nicht fix meine Funde und tschau, Mann.